Hallo zusammen! Vorletzten Montag gab es an der japanischen Börse den größten Crash seit 40 Jahren, was dann auch infolgedessen den Kryptomarkt kräftig durcheinandergebracht hat. Und viele sagen jetzt, der sogenannte Yen-Carry-Trade sei schuld. Aber was ist das überhaupt und wie hängt das genau mit Krypto zusammen? Bei dem Yen-Carry-Trade leihen sich Investoren Yen zu fast 0% Zinsen und investieren das dann in höher verzinste Anlagen wie zum Beispiel US-Staatsanleihen. Und das war lange Zeit super attraktiv, weil Japans Zinsen jahrelang bei Null waren. Mit dem kostenlosen Kapital konnte man dann immer in die Asset-Klasse investieren, die gerade die beste Rendite bei dem geringsten Risiko bietet. Und das waren tatsächlich vor allem US-Staatsanleihen und Blutschip-Aktien. Und diese Anlagen profitierten auch von diesen niedrigen Zinsen, weil der Zufluss an Liquidität die Kurse weiter nach oben getrieben hat. Und jetzt sieht die Sache inzwischen leider komplett anders aus, weil die US-Notenbank im September sehr, sehr wahrscheinlich die Zinsen senken wird. Und die aktuellen Wirtschaftszahlen in den USA sind auch etwas schlechter ausgefallen als erwartet. Und viele fürchten jetzt eine Rezession mit sinkenden Renditen. Und gleichzeitig hat die japanische Notenbank die Zinsen erhöht, sodass der Gewinn beim Carry-Trade möglicherweise jetzt nach und nach immer unattraktiver werden könnte. Die Investoren wollen also raus aus dem Trade. Und das hat dann zu dem Crash letzte Woche geführt. Und mein Problem damit ist jetzt ein bisschen, also für normale Anleger ist das eigentlich kaum machbar. Also wir können uns eigentlich nirgendwo Yen leihen und wenn dann auch nur zu sehr, sehr hohen Kosten. Der Aufwand und das Risiko stehen für uns dabei eigentlich in einem sehr schlechten Verhältnis. Und das ist also tatsächlich viel mehr was für institutionelle Anleger, die quasi die Infrastruktur für solche Deals haben. Aber in der Welt von Krypto können wir das Prinzip auf eine ganz andere Art und Weise nutzen. Und das sogar mit besseren Renditen. Und da habe ich tatsächlich so einiges an Lösungen gefunden und dabei aber auch eine ganze Menge gelernt. Es ist nämlich tatsächlich nicht ganz so einfach, wie ich anfangs dachte. Aber so richtig schwierig ist das Ganze auch nicht. Also zunächst mal, was brauchen wir eigentlich für so einen Deal? Und der Kern des Carry-Trades besteht ja darin, dass man sich Yen zu extrem niedrigen Zinsen leiht. Das Problem ist hier leider nur, ich kenne eigentlich keine einzige Möglichkeit, wie man in der Welt von Krypto günstig an Yen rankommt. Und das fällt also quasi schon mal komplett weg. Andere Stablecoins auszuleihen ist eigentlich momentan auch keine gute Idee, weil die Zinsen für alle US-Dollar-basierten Stablecoins in den letzten Monaten deutlich über 10% lagen. Und erst seit ein paar Tagen, also seit dem Crash eigentlich, sind die Zinsen wieder so niedrig wie jetzt. Wahrscheinlich, weil wir uns gerade in einer eher bärischen Marktphase befinden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich das ändert, wenn die Kurse jetzt im Herbst wieder anziehen. Und dann werden die Zinsen auch wieder steigen. Das günstigste Asset, das man aktuell so ausleihen kann, das ist tatsächlich der Ether. Und der kostet momentan deutlich unter 3% Zinsen, teilweise sogar unter 1%. Und das klingt erstmal ziemlich gut, klingt fast so ähnlich wie das mit dem Yen. Aber leider gibt es keine vernünftige Anlagemöglichkeit für Ether, die so hohe Renditen bringen würde, dass sich das Risiko auch wirklich lohnt. Und man kommt da so auf maximal 4 bis 5% und wenn man das Risiko deutlich hoch schraubt, dann ergibt das 10%. Dann ist das Risiko aber zu groß für diese kleine Differenz. Und deshalb bin ich jetzt bei Curve gelandet. Der Curve-Token kostet zwar deutlich mehr als der Ether aktuell, tatsächlich um die 10% Zinsen. Aber das kann ich ausgleichen, indem ich Stablecoins einlege, die ja auch eine entsprechende Rendite abwerfen. Und das Problem ist allerdings, dass der Curve-Token in den letzten Monaten eigentlich nur an Wert verloren hat. Also wenn man sich den Token letztes Jahr irgendwann mal gekauft hätte, dann sähe man jetzt tatsächlich ziemlich alt aus. Aber in unserem Fall ist das tatsächlich kein Problem, weil wir uns den Token ja nur ausleihen. Und wenn man sich zum Beispiel 10.000 Curve-Tokens leiht, kann man die einfach wieder zurückgeben, solange man sie nicht verkauft, sondern einfach nur irgendwo staked. Man schuldet ja immer noch genau 10.000 Curve-Tokens und solange man die noch hat, kann man die eigentlich ziemlich einfach zurückgeben, egal wie gerade der Kurs steht. Und so kriegt man das Darlehen dann eben weg. Man sollte dabei aber im Kopf behalten, dass man sich ein Asset leiht, dessen Wert auch schwanken kann. Und wenn der Curve-Token stark im Kurs steigt, könnte es passieren, dass das Darlehen liquidiert wird. Und das klingt erstmal ziemlich dramatisch, ist aber in der Praxis eigentlich kein großes Problem. Du kannst ja einfach einige der gestakten Tokens rausnehmen aus dem Staking, um das Darlehen dann wieder abzusichern und alles wieder auf ein stabiles Niveau zu bringen. Und das Coole am Curve-Token ist, dass er echte Rendite abwirft, wenn man ihn staked und das sogar in Stablecoins. Die Rendite, die kommt ja aus den Trading-Fees der Plattform und man kann hier bei Curve gut sehen, dass Curve bis zu eine Million Dollar pro Woche einnimmt. Und die Hälfte davon wird an diejenigen ausgeschüttet, die ihre Curve-Tokens staken. Und das bringt dann aktuell eine Rendite von etwa 14%. Aber es gibt da leider auch so einiges zu beachten. Und wenn man alles richtig macht, dann kann man das sogar auf über 30% optimieren. Und das ist allerdings dann leider ziemlich kompliziert. Und zum Glück muss man das eben auch nicht alles selber machen. Es gibt Staking-Anbieter, die den ganzen Prozess für einen abwickeln und die Rendite auf unterschiedliche Art und Weise optimieren. Und die drei wichtigsten Anbieter, die das Staking von Curve-Tokens ermöglichen, das sind Convex, Stakedow und Yearn Finance. Und alle drei haben unterschiedliche Ansätze, wie sie das Staking optimieren. Und davon hängen dann auch die Bedingungen ab, unter denen man das Staking da durchführen kann. Und Convex ist dabei der Klassiker unter den Anbietern. Das Projekt ist sehr, sehr etabliert, schon seit Jahren erfolgreich. Und soweit ich weiß, ist es eigentlich auch das allererste Staking-Produkt für Curve überhaupt gewesen. Und hier kannst du mit einer Rendite von etwa 22% pro Jahr rechnen. Das Coole ist, du kannst selbst entscheiden, ob du deine Rendite in Stablecoins oder in Curve-Tokens ausgezahlt haben willst. Und das kannst du dann hier einstellen und auch jederzeit wieder ändern, je nachdem, was für dich gerade am besten passt. Leider gibt es bei Curve, aber auch bei den anderen Anbietern, wie zum Beispiel Stakedow und Yearn Finance, einen kleinen Haken. Wenn du deine Curve-Tokens dort stakst, dann kannst du sie beim Unstaken nicht einfach zurückbekommen. Die sind also quasi weg, sobald du sie dort einlegst. Und stattdessen bekommst du einen sogenannten Liquid-Staking-Token zurück. Und das ist auch ein ganz normaler Token, der quasi deine Einlage repräsentiert. Und der Grund dafür ist, dass die Anbieter das Staking optimieren und deshalb die ursprünglichen Tokens nicht mehr direkt zurückzahlen können. Das ist also jetzt kein Betrug oder kein Nepp, sondern das ist eine Art Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man die maximale Rendite rausholen möchte. Den Liquid-Staking-Token, den kannst du aber dann verkaufen und so wieder in echte Curve-Tokens umwandeln. Und dabei macht man dann in der Regel ein kleines bisschen Verlust, meistens so im Bereich von 1-2%. Und ich habe das mal durchgerechnet, bei einer Rendite von 20-30% dauert es etwa 2-3 Wochen, bis man diesen Verlust wieder drin hat. Bei Convex bekommst du zum Beispiel hier diesen Convex-Curve-Token und den kannst du hier bei Curve in diesem Pool verkaufen. Und wie du sehen kannst, machst du dabei etwa 60 Curve-Tokens Verlust auf 10.000 Stück. Also das sind dann rund 0,6% Minus. Aber praktisch daran ist, dass das Ganze auch andersrum funktioniert. Du kannst hier also den Convex-Curve in diesem Pool kaufen und bekommst dann sogar einen kleinen Bonus. Aktuell sind das etwa 16 Curve-Tokens, die man oben drauf kriegt. Und ich packe übrigens die Links zu allen Anbietern und Pools, über die ich hier spreche, unten in die Videobeschreibung rein. Der zweite Anbieter ist Stakedow und hier liegt die Rendite auch bei etwa 22%. Aber sie verfolgen hier einen etwas anderen Ansatz. Du kannst deine Rendite sogar auf bis zu 35% boosten. Und das müsst ihr euch am besten mal selber anschauen, wie das genau funktioniert. Da gibt es hier so verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie man das Staking durchführen möchte. Und da sind auch Drittanbieter involviert. Und damit ist das Ganze dann eben auch mit einem höheren Risiko verbunden als bei Convex. Und es lohnt sich dann vielleicht für den einen oder anderen nicht, weil ihm das zu riskant ist. Der Token, den du hier bekommst, der heißt SD-Curve. Und auch den kannst du bei Curve verkaufen. Wie du siehst, ist das Verhältnis hier sogar schlechter als beim Convex. Das heißt, es dauert länger, bis du diesen Verlust beim Verkauf wieder ausgeglichen hast. Und der dritte Anbieter im Bunde, das ist Yearn Finance. Und das Produkt hier, das ist noch relativ neu. Hier kannst du über 30% Rendite erzielen, wenn du mehr als vier Wochen im Staking bleibst. Also in den ersten Wochen bekommst du allerdings dann fast gar nichts. Und die Rendite steigt in den ersten vier Wochen nach und nach auf die über 30%. Und auch hier kannst du dir die Rendite in Stablecoins auszahlen lassen. Und das Rücktauschverhältnis ist hier sogar richtig gut. Du verlierst so circa 40 Tokens auf 10.000, also etwa 0,4%. Und das ist aktuell tatsächlich die beste Quote unter den Anbietern. Es kann aber gut sein, dass sich diese Quoten hier im Laufe der Zeit ändern. Also mal ist der eine Anbieter günstiger, mal der andere. Das wechselt immer mal wieder. Aber nach meiner Erfahrung liegt der Verlust meistens im Bereich von maximal 2%. Und das ist auf jeden Fall machbar, wenn man mit einer langfristigen Perspektive an die Sache rangeht. Okay, und das war jetzt tatsächlich einfach nur ein kleiner Überblick, wie man den Carry Trade mit Krypto für sich nutzen kann. Es ist sicherlich eine Strategie für Fortgeschrittene, mit der man also 20 bis 30% Rendite machen kann. Bei einem sehr überschaubaren Risiko. Vor allem ist man ja gegen Kursschwankungen abgesichert. Und wenn euch dazu ein ausführlicheres Tutorial interessiert, dann lasst es mich einfach wissen. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, diesen Carry Trade zu nutzen. Zum Beispiel mit Pendelfinance fällt mir ein. Man könnte mit Balancer arbeiten und anderen Protokollen, die tatsächlich auch Rendite abwerfen. Das Ganze ist also ziemlich spannend. Und gerne mache ich dazu Tutorials. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.